Hallo zusammen, ich melde mich mal wieder aus dem Kuppelzimmer und das bedeutet, ich habe Neuheiten, die ich euch präsentieren kann. Es geht ja jetzt Richtung Herbst-Winter und wir haben da einiges im Mutter-Kind-Bereich für euch vorbereitet und da würde ich euch jetzt gerne mal mitnehmen und einige unserer Neuheiten euch präsentieren. Wie immer findet ihr am Ende ein digitales Lookbook, das interaktiv ist, also ihr kommt direkt mit einem Klick zum Shop und könnt dann direkt eure Favoriten bestellen und alle Bilder, die wir im Lookbook zeigen, könnt ihr natürlich auch wie immer kostenlos herunterladen. Da werden wir euch auch noch mal den Link dazu kommen lassen. Ja, und weil jetzt lange Rede kurzer Sinn, ich wünsche euch ganz viel Spaß und nehme euch jetzt mal mit. Hier noch ein paar Serien im Baumwoll-Jersey-Rotationsdruck-Bereich. Hier eine super niedliche Serie auf unserer bekannten Baumwoll-Qualität. Wir haben es intern Cutouts genannt, mit einem passenden Streifen und einem geometrischen Design. Das Ganze auch noch in diesen gedeckten erdigen Tönen oder in rosa Tönen. Hinter dem Design steckt eine Story. Meine Freundin hat einen kleinen Jungen, der ist mittlerweile zwei, der kleine Chris. Der hatte so einen Schlafanzug an, als wir mal abends bei meiner Freundin waren und da kam einer mit runter und das war so süß. Da habe ich gedacht, sowas brauchen wir auch noch mal. Hier geht es noch mal weiter in den etwas chloraleren, verspielteren Bereich. Auch sehr schöne erdige Töne jetzt zum Winter mit mintfarbenen Akzenten, drei verschiedene Designs, auch wieder mit Ökotex-Zertifizierung und das Ganze auch noch mal ein bisschen mehr in die Senf-Mustart-Richtung mit einem leichten Akzent von Hellblau. Und wer es noch ein bisschen verspielter mag, hier haben wir noch weitere Cutout-Designs, wieder auf der Baumwoll-Jersey-Qualität. Das sind zwei verschiedene Designs, die farblich aufeinander abgestimmt sind. Einmal so ein bisschen verwaschener, marble-mäßiger und die Blüte, die verspieltere. Kapitel-Design 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 Vielen Dank.